Nein, das ist A an Moll. Hanke ist nicht der Typ, der sich normalerweise hinsetzt und Sachen übt. Aber dieses Lied hat er schon seit Monaten geübt. Und sich extra ein YouTube-Tutorial für diesen Song angeguckt. Ja, häufig. Ist auch nötig bei dem Lied. Es ist leider nötig. Es ist Gypsy Music. Normalerweise haben meine Lieder vier Töne und sind in C-Dur. Genau. Zwei Akkorde sind mindestens einer zu viel. Nein, dieser Song hat mehr als drei Akkorde. Und ja, wir haben uns an den Vokalen orientiert, des Originals. Seid mir nicht böse, wenn ich es verkack. Und frag nicht nach Inhalt und Sinn. Darum geht es hierbei nicht. Ja, okay. Das war der Versuch, das war der Versuch, das war der Versuch. Das ist ihm wichtig. Das war der Versuch, das war der Versuch, das war der Versuch. Der Versuch war Physik, Chemie, doch leider starb er viel zu früh, jetzt fehlt der Papa. Fehlt der Papa. Nee, na, na, na. Nee, na, na, na. Oh, nee, na, na. Nee, na, 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 na. Ich war einmal bei Betten, das und ja, das war ein Riesen-Spaß auch. Nee, na, na, na. Nee, na, na, na. Ich glaube, das war in Berlin, ich wollte noch um die Häuser ziehen, doch es war keiner mehr da. Keiner mehr da. Nee, na, na. Nee, na, na, na. Oh, nee, na, na, na. Nee, na, 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 na. Na, na, na. Na, 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 na. Ich schau ganz gerne mal Tatort, da gibt's am Anfang einen Mord für der Täter wohl wahr. Täter wohl wahr. Oder auch ein Fernsehfist, ich glaub, ich weiß, was die Antwort ist, ich sag, B-Kanada, B-Kanada. Oder D-Panama, D-Panama, D-D-D, das war, D-D, das war ganz klar. Die Märzzeit von der Ananas, ja, auf Französisch, da ist das D-Sanana, D-Sanana. Mein Schatzi, wenn du mir vergibst und sagst, dass du mich wirklich liebst, ey, alles klar, ey, alles klar. Ne, na, 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 na.